Ungeheuer guten Tag wünsche ich euch und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft-Varo mit dem Manu. 3, 2, 1, ja, go. Wir haben gerade den Part von Sommel gesehen, den 20. Und da hat man gesehen, dass die sich hier in der Hölle befunden haben. Und da haben wir dann halt auch gesehen, dass die ganz viele Bücher haben, die da jetzt immer noch sein sollten. Genau, wir haben einige Bücher gesehen, die Protection hatten, was ganz praktisch ist für unsere Dierrüstung. Aber Manu hat sie ja in der letzten Folge verzaubert. Nee, aber ich habe ja noch genug mit Schutz, was man upgraden könnte. Weißt du, wo lang? Ich weiß überhaupt nicht mehr. Ah, ich habe mich hier, glaube ich, reingegangen und dann geradeaus rechts. Ja, genau, genau. Moment, da lang? Ja, ich glaube schon. Ja, ja, ich erinnere mich. Hey, da ist die Netherfestung. Hier runter müssen wir, soweit ich weiß. Wir haben nicht mehr viel Essen, da müssen wir echt... Ja, wir müssen ein bisschen töten. Wir müssen das nächste Mal ein bisschen Essen suchen, ja. In die Richtung, ach man, das ist so lange her, wieder ein Tag, alter. Hier, oder? Bin ich richtig? Ich weiß nicht, ich ärgere mich immer noch über die letzte Folge, wo der Kampf einfach durch diesen Kick unterbrochen wurde. Das war echt ein bisschen ungewiss. Äh, okay. Wo lang? Hier sind wir auf jeden Fall nicht lang, aber da wäre es richtig. Dann lass es einfach da runtergraben. Ja, oder in die Lava springen. Ach, in die Lava willst du? Okay, ja. Also, Junge, ich habe nur noch fünf Fleisch und... Da will ich lieber an der Lava sterben. Ja, wird langsam echt kritisch hier. Ich esse einfach dich. Oh, da ist auch eine Lava. Ich springe jetzt einfach hier runter. So. Okay. Vorsicht, da ist überall Lava, ne? Ja. Okay. Sind wir richtig? Ja, nur noch die eine Koordinate. Und die? Geht da lang. Ja, okay. Ja, 200 Blöcke in die Richtung, dann sind wir da. Ja, fein. Fein machst du das. Ja, deep job, ne, super. Gehen wir dann direkt raus, wegen Essen? Danach, ja. Vielleicht, oder? Oh, eine Workbench. Ach, hier ist das Eisnerstrasse. Ach, guck mal. Trautes Heim. Glück allein. Müssen wir hier hoch, oder so? Ja, ich denke, wir müssen da hoch. Ich glaube, ich bin da gerade fast... Wenn Manuel schon sagt, ich denke... Hier, hier ist ein Gang. Haha, natürlich. Super toll. Ich denke, er kann da schon wieder nichts vorauskommen. Nee, ich habe es direkt gefunden. Aber wir laufen gerade wieder zu sehr in eine andere Richtung. Ich glaube, hier runter und dann sind wir da. Oh nein. Er hat erst gesagt, ich denke. Und jetzt sagt er, ich glaube. Es wird immer schlimmer mit ihm. Ich sink immer tiefer. Ja, da umsetzt du Steine auf jeden Fall. Hä? So viel Quarz? Ja, da waren wir anscheinend noch nie. Wir sind aber nicht den richtigen Weg gegangen, oder? Nee, wir gehen ja eh eine sogenannte Abkürzung. Ach so, okay. Weil ich baue gerade noch ein bisschen Quarz ab. Ich hoffe, du wartest ein bisschen. Nee. Aber danke, dass du fragst. Ich bin eh richtig. Also, Leute. Wann habe ich mich jemals verlaufen? Okay, guck du mal schon mal. Ja, nee, ich weiß ja wohl. Dann komm her. Komm, komm, komm. Ich will erst mal die ganzen Quarze hier abbauen. Ich habe so richtig viel Quarz gefunden. Wir gehen ja jetzt gleich aus der Hölle raus. Deswegen sollten wir die Level natürlich mitnehmen. Ja, aber wir gehen ja nur kurz raus für Essen. Kurz? Wir gehen erst mal richtig Essen ansammeln. Okay. Willst du fett werden? Ich will richtig fett werden. Und ich möchte dann auch kämpfen. Ich möchte dann auch Leute töten. Du möchtest fighten, möchtest clashen, möchtest fighten. Geh lang. Ja. Ja, ja, da sehe ich dich. Okay. Sehr gut. Ich habe zwölf Level gerade bekommen. Ich hatte eben fünf. Müssen wir hier lang? Ich weiß dann nicht. Da hoch müssen wir. Doch, wir sind richtig. Komm mit. Komm mal zurück. Wir müssen hier hoch. Ja. Ja, wärst du da sicher? Ich denke, ja. Oh, oh. Oh, nee, Essen. Hier ist überall Quarz. Ja, soll ich ein bisschen Quarz mitnehmen? Ja, komm, wir haben ein bisschen Quarz mit. Wir haben eh noch ein bisschen Zeit. Oh, ja, wo ich bin, ist auch Quarz. Oh, das schmeckt immer so geil. Hä? Warum ist dir so viel Quarz? Weil hier nie jemand war. Wir gehen doch gerade in die falsche Richtung. Wir werden angeballert. Oh. Oh, nee, ich geh lieber nicht irgendwo hoch. Ich one-shotte ihn. Pfam. Nein. Nicht mein Gast. Wir müssen da lang. Wir hätten da gar nicht. Hier sind wir voll falsch. Okay, dann geh du nochmal vor. Oh, nee, ich folge dir nie mehr. Ich habe 16 Level jetzt. Ich folge dir trotzdem nie mehr. Es war toll. War toll? War die tollste Erfahrung. Brauchen wir noch Pilze für irgendeinen Trank? Nee. Gut. Hab ich auch schon mitgeworfen. Oh, ja. Alter. Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Hier spricht der Kapitän. Okay, wo bist du lang gelaufen? Hier lang, ne? Siehst du mich nicht? Da muss es. Hä? Alter Manu. Ich check gerade die Mordzeuge. Guck einfach auf die Koordinaten. Wir sind jetzt auf jeden Fall viel näher als eben. Eigentlich müsste da genau das Portal sein. Warte mal. Ich brauche mich einfach mal gerade hoch. Mal gucken, was passiert. Wo bist du denn? Ich bin... Ach, da. Hallo. Willst du sterben? Eigentlich müsstest du uns hier hochbauen, ja. Ja, wenn ich sterbe, dann... Egal. Begraben bitte. Nö. Ey. Warum nicht? Ich glaube... Ja. Hier müsste das Portal irgendwo sein. Oder doch nicht? Doch. Doch, doch, doch. Mann, du klingst immer so entschlossen. Oder doch nicht? Nee, oder doch nicht? Da müsste es eigentlich sein. Doch. Doch, doch, doch. Auf Höhe 90 war das, glaube ich. Alter. Das wäre vielleicht noch höher. Warum bin ich so deinen Weg gegangen? Hey, guck doch auf die Koordinaten, Junge. Was ist denn los mit deinem Kopf? Du hast ja diese sogenannte Abkürzung gewählt. Oh, oh, ich habe keine Blöcke mehr. Kannst du mir bitte helfen? Alter, ich habe so Angst hier. Nee, Manu. Timi möchte nach Hause. Oh, oh. Alter, ich springe nicht. Ich mache das nicht, Leute. Ich mache keinen Jikki. Oh, oh. Okay. Das Portal müsste genau in diese Richtung sein. Äh, das Portal ist über uns. Müsste. Ja. Hä? Oh, Mann. Oh, Mann. Ja, genau da müsste das Portal sein, wo ich gerade langlaufe. Hä? Sie werden. Alter, wie viel Quarz hier ist. Oh. Hast du überhaupt nicht mitgenommen, ne? Nee. Warum? Oh nein, meine Spitzsacke. Hä? Manu, ich bin gerade richtig verwirrt. Ich bin so richtig verwirrt. Okay. Alter, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wo. Oh, ich weiß, ich bin gerade irgendwie, ich bin auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe die Nacht durchgemacht und bin saumüde und check gerade gar nichts. Alles ausreden. Das Portal müsste hier hinter sein. Ich habe 17 Level. Alter, ich habe 17 Level. Meine Spitzsacke ist wahrscheinlich gleich kaputt. Äh, wir müssen hier hoch. Bist du hier hochgegangen? Wahrscheinlich, oder? Okay, also war es mal dumm, dass wir uns getrennt haben, aber. Es müsste eigentlich hier irgendwo sein. Also wenn nicht hier, wo dann? Ich grab mich einfach durch die, ich grab mich einfach durch die scheiß Wände. Aber mein Spitzsacke ist gleich kaputt. Habe ich Eisen dabei? Ja, ich habe alles dabei, was ich brauche, um mir einen neuen Spitzsacke zu machen. Hmm. Hä? Ich muss da hin? Ich höre Lava. Oh, Manu, ey, pass auf. Oh nein. Du kennst mich, ich bin der dümmste Mensch. Ich weiß, dass was passieren wird. Alter, jetzt sag mal, ich muss da runter. Oh nein. Hä? Ich verstehe gar nicht, wie das passiert. Ich verstehe auch nicht. Wie, wie auf einmal 80 Blöcke wieder in die falsche Richtung laufen konnten. Wie kann man so falsch sein? Ich weiß es nicht. Mann, ich habe aber schon einen Part verirrt und verwirrt genannt. Jetzt kann ich nicht noch einen Part so nennen. Oder Dach? Also ich will da einfach nicht hin, tut mir leid. Jetzt habe ich mich hier hochgebaut und es war eigentlich dumm. Scheiße, ey. Wir haben jetzt die Hälfte vom Part. Wenn wir die Truhe in dieser Folge nicht finden, ne? Dann bringe ich mich um. Dann schäme ich mich. Schäme dich doch nicht. Ich höre überall Lava blubbern. Alter, ich weiß nicht, was ich... Puffi, wer will nicht weg? Tut mir leid, Leute. Das mache ich nicht. Das kann ich nicht bringen. Sponsored übrigens ganz viel Puffis. Ey, ich grabe mich gerade einfach zum Portal, ne? Ja, ich habe mich genau zum Portal gegraben. Oh nein. Oh nein. Ich bin mein Portal. Ja, auf welcher Höhe? Ja, auf genau Höhe 90.000. Ah, guck mal, dann wusste ich es doch. Ja, habe ich doch auch gewusst. Dann ist es doch über mir. Alter, bin ich behindert? Schreibt es jetzt in die Kommentare, Leute. Ich gehe jetzt mal ganz schnell dahin. Ich gehe da nochmal hoch. Bevor unsere Folge gleich zu Ende ist schon. Alter. Wenn wir diese verdammte Dinge jetzt nicht finden. Also wir haben uns aber wirklich... Aber man muss ja wieder sagen, wir haben uns wieder angestellt. Wie die schlauesten Menschen. Danke. Oh, ich habe nur noch zwei Fleisch. Nein, meine Spitzhacke ist kaputt. Kannst du noch was Neues craften? Alter, meine Axt werfe ich jetzt weg. Ja, klar. Gut. Gut, dass wir das Eis nicht auf eine Person gegeben haben, ey. Ja, dann hätte ich es jetzt. Dann hätte ich eben keine mehr machen können. Okay, ich bin auf jeden Fall auf dem richtigen Pfad, so wie es aussieht. Ich wollte gerade mit einem Amboss verschmelzen. Ich gehe jetzt nur noch, weil ich habe so wenig Essen, dass wenn ich renne, dass ich ein bisschen die Sorge habe, dass... Ich habe Schärfe 4 und Schärfe 4 übrigens. Was? Ja, ich kann mir Schärfe 5 craften. Ich habe die Truhe gefunden. Ich habe die Truhe gefunden. Äh, ja, dann loote. Ja, schutz, 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 okay. Bin ich behindert? Ich gucke extra ganz langsam, Leute. Und ganz viele Bücher. Das Problem ist... Ich habe kein Holz mehr. Ich kann mir keine Spitzhacke bauen. Und der Amboss hängt jetzt hier fest. Oh, der beste Part meines Lebens. Manu, du musst dich jetzt ein bisschen konzentrieren. Kannst du bitte zu mir kommen? Ja, ich muss erst... Ich bin super nah. Ich bin super nah. Ich loote jetzt mal die Sachen. Alter, komm bitte. Junge. Ja, ich weiß. Du kannst nichts machen, oder was? Nein, also ich... Nee. Außer ich bin richtig blind. Was durchaus sein könnte, aber... Scheiße, ich habe keinen Amboss. Ey, Alter, du musst hier hinkommen. Ich habe... Ja, hol mich ab. Ich bin super nah. Ich kann dich nicht abholen. Ich bin 6 minus 30. Also echt... Super nah vom Spawn. Alter, das sind so viele Schutzsachen. Ich heul gleich, ey. Können wir denn... Kann bitte irgendwer eine Zeitmaschine bauen? Und mal ganz kurz den Party resetten. Ich komme Manu abholen. Okay. Alter, das werden wir nicht schaffen, ne? Nee, werden wir auch nicht. Ey, Mann, warum machst du denn das? Äh, nimm... Nimm die Sachen... Oder weißt du was? Das schaffen wir nicht. Verstehst du das nicht? Ich habe das alleine nicht. Ich meine, mit dir hast du es voll. Ich hatte aber eine Idee, die umzuräumen. Geh irgendwo hin, mach eine Kiste und steck das um und versteck die. Dann halten wir ein Part frei. Weißt du? Stehst du meine Idee? Ja, das wäre natürlich die Möglichkeit. Hätte ich mal den Weg gefunden. Versuch einfach mal zu uns zu kommen. Ich schlag gerade Neverstein mit der Hand ab. Nein, nein. Das machst du nicht. Das mache ich. Aber warte mal, kann ich nicht die Axt nehmen? Geht das dann nicht schneller? Die ich gerade weggeworfen habe? Okay. Ich bring mich um. Schärfe, schärfe, schärfe. Stärke. Ich bring mich um. Alter, ich habe... Gleich hast du einfach keinen Teammate mehr. Ich bring mich um. Nein, Manu. Ey, Mann. So, ich bin mal im Schwert abbaun. Ey, ich bin 20 Blöcke vom Spawn entfernen. Das kann doch nicht sein. Alter. Geh bitte einfach mal kurz zum Spawn. Mann, ich versuche erstmal die Sachen zu safen. Ja, ja, stimmt. Mach, mach. Ist besser. Heiltränken können wir unendlich machen, oder was? Ja. Trank der Heilung ist nicht wert? Trank der Heilung 2 ist nicht wert? Perfekt. Okay. Wir werfen einfach Tränke weg. Oder packst da rein. Na gut. Dann kriegt jemand anders. Dann zerstör die Kiste lieber. Bevor da irgendwer... Alter, ich bring mich gleich um. Was soll das denn? Jetzt schlage ich einfach alles mit der Faust weg, Leute. Gleich. Ich steine das Holz weg. Und das wäre jetzt so dumm, wenn ich einfach irgendwo Holz hätte. Stärke brauchen wir gar nicht, weil Stärke ist immer auf dem Bogen. Schärfe. Okay, ich habe alle wichtigen Bücher. Da ist noch Stärke, 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 Stärke. Effizient, Effizient. Okay, alles Wichtige habe ich. Effizienz? Ah, dann sparen wir aber auch voll viele Level. Effizienz kriegen wir auch meistens auf der Spitztakke so. Dann zerstör jetzt die Kiste. Zerstör die Kiste. Das darf keiner bekommen. Leute, ich habe es gleich. Mit meinen Händen. Mit meinen Händen. Der beste Part, oder? Alter, ich hätte auch einfach die Kiste alleine holen können. Ja. Das ist echt so die Zeitverschwendung, aber ich kann ja nichts anderes machen. Alter, wann ist denn mal Ende? Mein letztes Stück Fleisch, ne? Mein letztes Stück Fleisch. Hä, geht das? Habe ich dich gehört, oder war das... Nee, nee, ich bin es heute nicht. Nee, nee, ist ein... Oh mein Gott, ey, wir haben noch zwei Minuten. Ich höre das Portal. Ja, sehr gut. Ey, ich höre es, aber ich sehe es nicht. Gehe ich gerade schon in die falsche Richtung? Ja, ne? Nee. Okay, ich habe es wenigstens geschafft, die Kiste zu holen. Das hat sich gelohnt. Also es war kein verschwendeter Part, aber es war... Nee, nee, nee. Wir haben auch viele Level bekommen, also... Es war, nee, also es war auf jeden Fall ein extrem dummer Part. Da ist ein Lava-Slime. Kannst du mich jetzt bitte abholen? Ja, sag mir deine genauen Koordinaten. Sechs minus zwei. Also ich bin... Ich sehe dich sogar, du bist unter mir. Ja. Aua, der Lava-Slime ist aggressiv. Ich habe gedacht, das wäre ein neutraler Mob. Hilfe. Oh, shit, shit, Manu, warte kurz. Oh Gott, der hat sich aufgeteilt in tausend Blöcke hier. Ja, ich sehe es, sie schlagen gerade. Alter, renn doch einfach rein. Sind die, sind die stark? Das sind doch vor den Lappen. Ein bisschen Schiss, aber trotzdem. Ach, komm mit, komm schnell mit, komm, komm hier rein schnell. Nein, wir gehen in die Runde raus. Ja, dann, dann, hallo, hier ist ein Amboss, hol den schnell. Renn durch und dann siehst du ihn direkt. Hol den Amboss. Ich habe keinen Platz mehr, bitte. Hier, nehmen wir hier mal ein Buch. Oh, Alter. Ich schlag dich gleich jetzt, renn bitte. Ja, ich hole den. Ja, ich habe kein Essen mehr jetzt, ne? Alter. Alter, du hast hier nicht wieder Faust durchgeboxt. Doch, durch den ganzen Gang. Der beste Part. Hast du die Kiste zerstört, ja, ne? Ja, habe ich zerstört. Hast du teuer gemacht. Komm, wir gehen raus aus der Hölle. Ja, ich warte hier. Unsere Folge ist in 30 Sekunden wahrscheinlich vorbei. Also ungefähr 45 Sekunden, würde ich schätzen. Oh, ich bitte. Noch ein paar Level, ich habe jetzt 20 Level. Nein. Oh, wir schaffen es nicht. Doch, wir können doch noch raus und dann weglaufen. Ich sehe dich noch nicht mal. Wo bist du denn? Ach, du da. Geh mal schnell was essen. Geh durch, geh durch, geh jetzt da weg. Ich will es zubauen, so. Ja, jetzt ist es total. Los, raus in die Außenwelt. In die Außenwelt, in die Außenwelt. Oh, fuck. Wir sind genau beim Spawn. Alter, komm, 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 komm. Komm mit. Oh, genau, du rennst genau in eine andere Richtung. Ja, gut. Komm mit. Komm hier runter in die Höhle, in die Höhle, in die Höhle. Lass hier rein. Hier ist was. Alles klar. Oh, es ist locker eine Falle. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was haben wir jetzt getan? Lass hier rein. Lass hier rein. Oh, nein. Ey, der beste Part in meinem ganzen Leben. Ich habe eine Erfahrung gerade gemacht. Ich werde dir nicht mehr folgen. Hä? Wärst du mir gefolgt, wären wir viel schneller zum Ende gekommen? So, das nimmst du zurück. Du hast gesagt, du nimmst diese Abkürzung. Und ich bin dir gefolgt zum Spawn. Ja, aber wir waren ja richtig von den Koordinaten her. Ja, von den Koordinaten her. Aber wir hätten unseren alten Weg einfach gehen sollen. Wär viel schneller. Ach so. Ja, den hätte ich aber nicht gewusst. Du? Ja, ich hätte... Ja, genau. Und dann sagst du, lass uns da hingehen. Da ist eine Höhle. Und dann sind wir unter dem Spawn in so einer Höhle, die auch so ist eine Falle. Junge. Das nächste Mal, wenn wir uns einlaufen, dass sie mit Lava geflutet ist und wir sind tot. Kann nicht sein, dass da irgendwann gerade noch eine Falle baut. Wir sollten gleich echt nochmal ein Part aufnehmen, sonst sind wir eventuell tot. Alter, ey. Wie geil. Alter, was war das für eine Falle? Ich hoffe, ihr hattet wenigstens Spaß dabei. Ich kann mir echt vorstellen, dass die schadensfrohne Menschen jetzt richtig gefeiert haben. Ja, ja. Aber wir haben die Bücher. Wie dumm war das, ey. Oh Gott. Aber wir haben es geschafft. Eigentlich war die doch ertragreich, wenn man drüber nachdenkt. Wir haben richtig viele Level bekommen. Ich habe Schärfe 4 gemacht. Du hast die Bücher geholt und auch viele Level bekommen. Du kannst eigentlich gleich hingehen und das Schärfe 4 Schwert mit dem Schärfe 4 Schwert verbinden. Und dann haben wir Schärfe 5. Wie viel Level kostet das? 800, keine Ahnung. Okay. Gut, das war's für die Folge. V3-Mail ist gescheitert. Und dann würde ich... Tschüss. Tschüss.